So, einen haben wir noch, die 25. Noch einmal ein bisschen Ruhe, meine Damen und Herren. Letzter Hengst hier, der sich im Freispringen präsentiert. Von Orlando, Ascari, Colorit und Levisto. Er wurde gezogen und wird ausgestellt vom Pferdehof Schick in Schwittersdorf. Dieser Hengst steht zum Verkauf, sein Stockmaß 1,69 Meter. Der Stirling ist for sale, der Size ist 1,69 Meter. Ja, was für ein Pedigree hier. Orlando, der herausragende Heartbreaker-Zone. Dann der große Ascari, dann Colorit, dann Levisto. Besser kann man es kaum komponieren. Die Mutter unseres Körkandidaten, selbst bis zum mittelschweren Klasse-Sieg reicht. Die Großmutter gar international 1,45 erfolgreich gewesen. Tolle Sportpferde hier auch aus der direkten Mutterlinie. Flipper Boy zum Beispiel von Flipper Dell. Oder auch Kaiser Wilhelm von Kolibri. Es springen erfolgreich. Und natürlich diese Hengste im Pedigree. Hier Ascari, der Weltmeisterinnen-Produzent von DSP Alice und Ascha P. Colorit, eines der Erfolgspferde von Christian Allmann. Und dann natürlich in vierter Generation noch Levisto. Dieser bildschöne Meisterjumper aus Zangersheide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jawohl, schön in der Luft hier die 25 von Orlando. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ein Spitzenspringer nochmal zum Abschluss hier die 25 von Orlando, Ascari und Colorit. Herzlichen Dank. Ja, tolles Freispringen haben wir gesehen. Sonderapplaus nochmal auch an unser Freispring-Team rund um Wolfi Arnold und Jörg Wiedmeier. Wir haben einen Spitzenspring-Team gemacht. Wir haben einen Spitzensjob gemacht.